Und an dem Tag sind andere besser, dann hat man so, wie ich finde, man setzt auch eine Mannschaft unnötig unter Druck. Mexiko sehen wir mit Maria Espinosa. Schon wieder Taekwondo, unglaublich viele Judoka und Taekwondo, ne? Ja, Mexiko, Mexiko City, Ausführungsort 1968, Olympische Spiele. Eine Besonderheit bei diesem Wettbewerb war, Mexiko City liegt ja auf einer Höhe von circa 2300 Metern und ich glaube, das war für alle beteiligten Nationen damals sehr anspruchsvoll.